dann kann das weg das kommt hier mit rein egal haben wir das papier ist nicht so schlimm hier jetzt noch papier drin ja okay das machen wir mal so dann kann das wieder weg was haben wir da jetzt noch alles drin rum zu oxidieren wir haben noch alumite ok und wir haben noch geschmolten wir haben noch wasser das ist die restliche lava die wir haben brauchen wir noch ich glaube ich mache noch mal schnell ein bisschen obsidian kommt immer mit schmeiß ich da jetzt alles rein was war noch an lava haben und dann ist es halt unsere aufgabe dass wir auf jeden fall noch mal losgehen und welches holen welches lava ist schon okay so dann will ich das ist oberste prio für den hammer habe ich nicht dabei oder habe ich nicht dabei und hier oben werde ich wahrscheinlich auch nichts davon haben und wieder runter ich bin muss übrigens mal gucken ich habe das ja immer so gemacht dass ich quasi den den stein hier komplett verteilt habe ich kann es sein dass das vielleicht auch so funktioniert ich bin der meinung ich habe neulich irgendwo ein rezept gesehen da ging das mit einem was ich da gesehen habe naja wobei wir können ja drei eimer machen 123 lobs und lobs sagt wir haben jetzt mal wenn wir das wir nicht davon anfang an daran gedacht hätte hätten wir uns jetzt quasi einmal daran gehen können gespart egal wir haben es nicht eilig 123 können wir unten gleich das wasser mit in die smagery kippen dann haben wir jetzt den hier weil wir brauchen unbedingt den auto repair das ist mir ganz ganz wichtig so das haben wir und dann wollte ich noch mal schauen was für was für gussform wir schon haben und dann will ich auf jeden fall mitnehmen das und das als erstes hauen wir mal auf den hammer auf diesen hier stop 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 falscher hammer falscher hammer der hammer der hammer dann machen wir das machen wir auch mal raus und wir sagen doch relativ viel lapis und noch einen block ich verschwende jetzt wahrscheinlich unser komplettes lapis aber es ist für einen guten zweck ok ja es ist für einen guten zweck weil damit haben wir wenn wir auf diamanten und auf also was drauf hauen haben wir die schank einfach entsprechend was haben wir noch wir haben noch eins übrig da mache ich noch ein bisschen geschwindigkeit drauf haben wir sogar noch ein bisschen redstone übrig ja haben wir die chance dass wir da viel mehr rauskriegen ok jetzt haben wir mos redstone lapis und wir haben glaube ich noch ein modifier übrig ne haben wir nicht oder vorgeschwindigkeit 8,4 haltbarkeit na wir könnten jetzt auf jeden fall noch ein modifier rauffahren und dem wir sagen ähm waren es nicht vier achso doch klar zweimal redstone einmal lapis einmal äh auto repair ähm wir könnten sagen wir könnten sagen was wollte ich denn jetzt sagen äh wir hauen einen diamanten drauf und und einen goldblock dann haben wir noch ein noch ein äh modifier mehr und das andere war glaube ich der goldene apfel und diamantblock ne das ist arg teuer eile glück es ist ein control ach da haltbarkeit 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 beschreibbar ne durability mal 0 ah ok mal 0,3 ja egal das ist doch ist doch schon mal ziemlich geil das teil jetzt oder was sagt ihr dazu ich finde cool ich finde sehr gut so und dann haben wir nämlich jetzt hier den eulen kumpel den könnten wir dann eigentlich hier hin hängen weil wir haben ja einen neuen den ich jetzt glaube ich hier habe liegen lassen genau auch wenn er tuffig aussieht ist mir ja und was ich auch machen will ist ich will mir noch eine normale spitzhacke machen ähm die würde ich mir auch gerne gießen äh wo haben wir sie ich sehe sie gerade nicht äh bin ich doof normale spitzhacke axt schaufel spitzhacke und ich weiß gar nicht ob wir das schon vorbereitet haben wir haben den werkzeuggriff und das war's und das war's mal kurz gucken oben müsste ich ja noch dieses stein ding haben ne hexe geh mir bloß weg ne haben wir nicht mehr ich hatte hier gehofft so ein achskopf ich hatte auf einen achskopf gehofft wie sieht es denn jetzt eigentlich hier aus wir haben lava 500 schmeißen wir noch ein bisschen wasser mit rein so blub blub und zack und zack ja die axt äh die 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 spitzhacke eigentlich könnten wir die jetzt ohnehin nur vorbereiten weil wir kriegen sie eh nicht fertig ist die frage ob das sinn macht ich glaube ja fast nicht ich glaube ja fast nicht aber hier wasser und wir haben noch lava und das wasser da oben fließt noch ok so ok dann können wir mal ich glaube ich mach mal wieder unsere automatische dings hier an und nehme dafür dann diesen hier so ist die frage halt 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 zuerst so ähm wir haben jetzt 1000 davon 500 davon kommt hier noch was ok also kriegen wir noch einmal wasser vielleicht mache ich erstmal weil ich will die gleiche menge eigentlich haben aber ich die frage ob ich das manuell hinkriege man kann es auch noch wieder ausmachen und habe ich sie ach Mist kommen eh das gibt es doch gar nicht naja egal lassen wir es erstmal so jetzt haben wir obsidian unten reicht das für einen block wir schauen mal machen wir mal leer so wie viel haben wir jetzt noch drin ok das sieht gut aus machen wir erstmal obsidian leer und danach schmeiße ich unser unsere auto geschichte hier an mit mit dem ganzen anderen kram und ich glaube dann gehe ich nochmal schnell nach unten lava holen dass wir das haben dann haben wir auf jeden fall schon mal wieder ein bisschen was geschafft ok das war jetzt irgendwie fast klar so schmalzen ist das heißt jetzt also da unten drin das heißt wir haben hier noch ein ganz kleines es fehlt noch die hälfte wie viel wasser haben wir denn da jetzt noch drin und wenn ich jetzt das fließt jetzt trotzdem da unten rein ok das wird nicht reichen wir müssen irgendwie glatt auf 1000 kommen genau weil dann können wir nämlich ein eimer reinschmeißen ganz kurz an und wieder aus an aus bitte 1000 ich kriege zu viel na gut kommt es mir egal geht alles rein dann schmeißen wir nochmal einmal aber rein ups ihr macht mich fertig ihr macht mich fertig wir fehlten hier noch hier fehlt doch jetzt auch nur noch ein ablörenden ei oder wir haben da jetzt drin vier blöcke ist ja auch sehr mau hätte vielleicht das obsidian doch noch drin lassen sollen ich schmeiß jetzt auf jeden fall erstmal das ne das alu brauchen wir ja auch noch aber wasser lava reicht nicht wenn ich jetzt hier den abmacher dann geht's strange ok also ganz geblickt habe ich es offensichtlich noch nicht macht aber nichts was haben wir jetzt hier es reicht immer noch nicht verstehe ich nicht so kamen also die krummen zahlen zustande so haben wir jetzt obsidian dann schauen wir mal ob das reicht das reicht nämlich dann nicht mehr ist mir aber und mir ist jetzt auch wenn dass wir das hier nicht voll gekriegt haben mir reicht es nämlich jetzt damit so das stecke ich mal hier in die kiste rein den kanal so und hier will ich einen tisch haben und ich will das hier haben genau das will ich haben so was haben wir jetzt unten wir haben obsidian unten ich bin mal gespannt ob das geht es reicht nur nicht oder es reicht nur nicht okay wir hätten einen obsidianblock haben können spannend wie viel lava haben wir jetzt drin 800 und 300 weiß ich wenn ich da jetzt einen Eimer reinsetze haben wir jetzt einfach ein bisschen lava drin naja wobei mich das hier jetzt schon reizt wir einen lavablock haben äh lavabarren haben na gut also nochmal so ich glaube ich müsste das ding dann echt von der anderen Seite ne wobei dann verbindet er sich ja da das hat also überhaupt nicht geholfen wie viel haben wir jetzt drin ich komm bei beiden eh nicht genau auf 1000 oder ist das machbar man muss echt ne ok ne jetzt kriege ich doch im Leben nicht hin na los komm lauf lauf fertig so ja oder ich darf halt äh ich muss halt das ding hier immer benutzen ja es braucht eine eigene stelle für sich irgendwie so wieviel obsidian so ich bin gespannt ob das reicht und ein obsidian machen cool reicht es für noch einen sehr schön das recht jetzt wohl wieder nicht und jetzt ist es mir egal jetzt ist es mir egal Aluminium und Eisen muss ich bloß irgendwie mal gucken muss ich bloß irgendwie mal gucken dass ich bei Zeiten ähm das Dings rauskriege das Wasser und die Lava weil das ist schon nervig ja das finde ich dann schon nervig ok bringen wir den ganzen Kram mal wieder weg total voll am weg kann weg das brauchen wir das ist so dduDdudududubds das kann hier hin ähm Wartengedöns äh jetzt hätte ich schon hier verpeilt das kann dahin den Hopper das ist von vorne das packe ich dann darüber so dass das kommt hierhin das kommt auch in die kiste da vorne und das brauche ich eventuell gleich noch kommt das so und ob sie gern hierher schmeiß ich mal hierhin die sich daraus jetzt der form mache ich das jetzt schon ich glaube ich mache das erst mal noch nicht dann schmeiß ich erst mal den ganzen anderen kram ein hier was haben wir noch kupfer und eisen haben wir noch ein bisschen was